Musik Moin Leute, was geht ab? Ich grüße euch zu endlich mal wieder einem One Piece Preview auf Folge 685 inzwischen schon. Ja, One Piece wird immer länger und länger und länger, aber trotzdem mal besser. Man kann es nicht anders sagen. Ja, endlich sind die Spielzeuge befreit und die befreiten Kämpfer verdanken natürlich das Alm dem Gott Lysop. Deswegen wollen sie sich alle bei Ruffy revanchieren und der Flamingo für ihn besiegen. Ruffy ist aber genauso ein Egoist wie die und deswegen zanken sie sich jetzt schon seit letzter Folge darüber, wer den jetzt eigentlich der Flamingo besiegen darf. In der Zwischenzeit haben sie natürlich aber alle, dumm wie sie sind, diesen Pika-Typen ausgelacht wegen seiner Piepstimme, der ja im Moment in dieser riesigen Steinstatue vor ihnen steht. Der hat das gar nicht so gefeiert und hat sich gedacht, lassen wir die doch mal platt machen. Doch der König Elisabello hat mit seinem King Punch zusammen mit Don Xin Zhao, mit seinem Kopfborder, die Faust in Trümmer geschlagen. Tja, jetzt ist es allerdings so, der kann sich immer wieder zusammensetzen und deswegen werden sie wahrscheinlich die nächste Zeit auch ein bisschen mehr Schwierigkeiten bekommen. Am Anfang sehen wir auf jeden Fall die Sequenz, da sehen wir als erstes mal den Piratenkapitän einer Flotte, Orlumbus, dann noch ein paar andere von diesen Kämpfern, Blue Gill und wie die auch alle heißen, irgendwie dieser Box-Champion und dieser Bomber-Typ da. Und die sind ja alle auf dem Weg jetzt Ruffy hinterher und wollen ja den Flamingo stürzen, der ganz oben am königlichen Palast ist. Auf jeden Fall reitet Ruffy auf diesem Bullen, den er Usi genannt hat, glaube ich, zusammen mit diesen zwei Banditenbrüdern und in der Zwischenzeit holt Pika eben zum vernichtenden Schlag aus. Darauf weisen ihn dann auch diese zwei Banditenbrüder hin. Man sieht in mehreren Sequenzen dann auch noch, wie eben diese Typen, zum Beispiel hier der Hinrichter Swilleman, versuchen Ruffy zu helfen, indem sie einfach die Typen von der Flamingo wegschnetzeln, als wäre es gar nichts. Und auch dieser Riese mit dem schönen Namen Hachudrin, Haujuchudrin oder so, die machen auf jeden Fall den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Ja, genau, soviel dazu. Erstmal wieder ein bisschen Schleichwerbung an die Volksbanken, Reifeisenbanken machen, die 3000 Euro kriegt er dann bitte morgen überwiesen. Auf jeden Fall ist das Ganze ein Mehrerverwüstung und die schlägern sich da durch und machen alles platt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Leute hat eigentlich dieser Dorf Flamingo? In verdammt jeder Folge werden ungefähr 1000 Typen weggeschnitzelt. Die Insel ist auch gar nicht so groß. Ich meine, dieser Vogelkäfig ist überall zu sehen. Diese Pika-Statue sieht aber aus, als wäre sie ungefähr 3,18.000 Kilometer groß. Und da sind hundert Dutzende von diesen Wichs untergebenen. Das ist so Mindfuck teilweise. Auf jeden Fall rennen sie dann, also Ruffy, die zwei Manditen und der Bulle und Lor, der glaube ich auch noch auf den Bullen draufliegt. Wo zum Fick ist, echt so, schon wieder. Die rennen jetzt senkrecht den Arm von Pika hoch, während eben die anderen Typen versuchen, noch weiterhin die Dorf Flamingo-Leute ein bisschen zu beschäftigen und so weiter und so fort. Nachdem das soweit geglückt ist, kommt allerdings dann wieder die Szene, wo eben Pika sie angreifen will, weil er ja immer noch sauer ist. Er ist auch mit einer süßen Piep-Stimme, über die alle lachen. Und deswegen holt Ruffy zu seiner neuen Technik aus, die wir, glaube ich, in Fishman Island schon mal gesehen haben. Nämlich die Elefant-Bazooka oder so ähnlich. Und alle sind ganz entsetzt, so, boah, was ist das für ein OP-Typ und so weiter und so fort. Ja, der ist ja voll krass unterwegs, so, jo. Und, ähm, alle sind so, was und so, hä, und wie kann er so stark sein und what the fuck. Und er greift eine 3.800 Meter große, äh, Steinstatue an und, jo. Auf jeden Fall ist die Folge, äh, stetiger Fortschritt Ruffys Armee versus Pika. Jo, das wird auch der Hauptinhalt der Folge sein. Die Armee von Ruffy, äh, bahnt sich ihren Weg nach vorne und dann kommt Pika und Ruffy schlägt Pika auf die Fresse oder so ähnlich. Und, ja, ich würde sagen, Leute, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste One-Piece-Folge, weil es spitzt sich immer weiter zu. Sie kommen, Doflamingo, immer noch einen Schritt näher. Und bis dann, dann, euer Förster. Haut raus, ciao!